In der Innenverteidigung ist man qualitativ zwar sehr gut besetzt mit einem Hummels, Schlotterbeck als auch Süle, dennoch wird es halt in der Breite und dahinter so ein bisschen mau, vor allem wenn man sich die Verletzungsanfälligkeit der drei Stamm-Innenverteidiger anschaut und da wäre meiner Meinung nach durchaus noch ein Spieler von Nöten, auch mit einer hohen Qualität und meiner Ansicht nach könnte das Armel Belakotschab sein, der ja eben die Bundesliga letzten Sommer verlassen hat und in der Premier League bei Southampton individuell gesehen eine herausragende Saison gespielt hat, auch wenn er natürlich mit dem Verein letztendlich abgestiegen ist, aber genau dieser Abstieg macht ihn halt eben so interessant auf dem Transfermarkt, denn ich lege mich mal fest, er wird definitiv wechseln und ich sehe da den BVB in einer guten Position, wenn sie Interesse bekunden würden. Belakotschab muss mit 21 noch viel lernen, dennoch ist er schon jetzt auf einem guten Niveau, vor allem defensiv, gute Zweikampfwerte. Mit dem Ball ist sein Spiel noch ausbaufähig, also er ist jetzt kein überragender Passgeber, kann natürlich auch daran liegen, dass er bei Bochum und dann bei Southampton in nicht ganz so spielstarken Teams gespielt hat, dennoch sehe ich da nicht unbedingt seine Stärken, aber das Ganze kann sich noch entwickeln und falls nicht, hat er ja schon drei spielstarke Innenverteidiger neben sich im Kader und das kann sich dann eigentlich recht gut ausgleichen. Außerdem macht er den BVB taktisch gesehen eben noch flexibler, man kann da jetzt durchaus Dreierkette spielen mit drei Innenverteidiger, mit vier, im Ballbesitz kann man die Strukturen leicht verändern, man kann auch, was ich gerne sehen würde, Schlotterbeck in der John Stones Rolle spielen, dass er eben im Ballbesitz ins Mittelfeld aufrückt, aber ja, das Ganze ist dann natürlich Terzic überlassen, ob er das machen wird, bezweifle ich mal, aber auch rein qualitativ, wenn man jetzt das System gleich lässt, würde Belakotschab dem BVB durchaus helfen, gerade in der Breite. Und neben dem Sportlichen spricht er auch noch dafür, dass er, meine ich, aus der Region kommt, also war er bei Bochum, wo er aus der Jugend kam und den Durchbruch geschafft hat, aber auch bei Arlen, Gladbach und so, also von der Richtung her wäre er da doch deutlich näher an seiner Heimat und das wäre auch noch ein Aspekt, der für einen Transfer sprechen würde. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!